hallo freunde willkommen zurück zu rocket league immer noch mit denselben drei gestalten meine wenigkeit reingabe rechts neben mir steht rekühler moin 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 liebe leute und daneben wieder saldealer links außen servus leute bei mir ist es links außen ich bin rechts bei mir ist es links na egal rechts ist rechts und links ist links ein spiel dauert 90 minuten der rasende ist grün und der ball ist rund genau fangen wir an legen wir los und das runde muss ins eckige und das runde muss ins eckige genau schuldigung freunde wenn ich manchmal ein bisschen nüschel ach nicht so schön schaut man nicht am tage mit fechten 02 manu war noch habe ich vorhin schon mal gespielt in einer anderen aufnahmenrunde also meine eigenen er hat nämlich auch ein tor geschossen ich habe kein boost mehr ich habe keinen boost mehr ich habe keinen boost mehr ich sammle mal kurz da kommt der manu da hat mich erst klassisch vorbeigehauen stefano andrew frettchen wo ist denn der ball ja wo ist denn der ball ja wo ist er denn hallo kinder klingt komisch klingt komisch sind die alle besoffen oder was wer an einem ball vorbei ja ich warte einfach mal vielleicht schießt mich ja einer in die richtung drauf die er seit ihrer achtung sehr gut parade ja stand auch gerade bei mir schwanz parade nee glanz parade nee nur parade das parade magazine sehr gut reingebracht schon wieder und da steht immer einer im weg könnte man nicht ohne gegner spielen das mache ich eigentlich ach jetzt mal ehrlich wo ist denn der ball bei uns day den garu ach ja ich musste ihn erstmal wieder richtig rumdrehen ich habe es gesehen drin gut gemacht den garu das war aber mehr knapp das hätte ich nicht gedacht dass ich den reinkriege der mann mit den sombrero ei ei muchachos hehehehe hehehehe frettchen mach dich aus aus meinen kösten nein oooohh der war knapp ne alter war der knapp hohohoh nur gut dass ich jetzt drin geblieben bin sorry oooohh wieder die falsche staste bekommen jetzt ja ah da war er ja bin jawohl gut gemacht den garu ich hab dir diesmal binne vorlauf gegeben mit fahrerlaubnis darf man die eigentlich geben gell ich bin links außen ich bin links außen ich bin links außen positives denken wir kriegen das ding hin jetzt gut schon mal ausgespielt aber der eine bei der war eben gefährlich ja den hast du gut raus geholt ey muss ich ehrlich sagen aber nur wegen mir ist es passiert Achtung ich hab's nicht eingebaut gemacht sehr gut Achtung wenn die so hoch kommen danke bitte bitte vorsicht noch mal so ein gefährliches ei rheum Was sprit 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 ich bin vorbeigesprungen Achtung, uuuuuhh, das ist... Nein, wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Na, wer ist schuld? Stefano Andrew! Er hat das Tor gemacht. Okay, ich hab gedacht, ich wäre noch mal drin gewesen. Nein, das hab ich nämlich auch gesehen. 2-1 Freunde, ist noch alles offen? Bäm. Und keiner will den Ball haben. Doch, Reküler will haben. Und mich auch. Nimm mich jetzt auch, wenn ich hinke. Noch eine Minute. Reküler, was machst du denn? Ja, da muss ich jetzt sagen, das war Reküler meine Schuld. Ja, jetzt... Ich bin falsch auf dem Boot. Manu hat das vorgemacht. Nein. Gut, ich gehe aus dem Spiel. Jetzt konnte ich nichts mehr machen. So Freunde, jetzt nochmal anstrengend. Es steht 2-2. Ich komm. Immer sind die Blöden im Weg. Ach, klau mir doch nicht immer mein Boost, was ich grad einsammeln sollte. Ich hab ihn nicht geglaubt. Ist der Dealer gut? Befreiungsschlau... Ich sag nichts. Ich hab grad voll Manu gecrashed. Und er geht rein. Yes! Jawoll! Gut gemacht, Hengaru. Juhu! Juhu! 3-2! Ein Hatterick! Das sieht nach nem Sieg aus, Freunde. Wir müssen es nur noch halten. Ja, Leute. Nur noch halten. Oder ausbauen. Wär auch nicht schlecht. Ausbauen. Ja, gut! Jawoll! Genau! Sehr gut, Hengaru. Innerhalb von 2 Sekunden. Mach mal doch so. Schön, alle oben spielt. Aber ganz knapp. In 2 Sekunden Respekt. Werde ich das jetzt auch schaffen? Ich glaube nicht. Nicht ganz. Und ran. Ja, das wird Keynes. Drittes Tor für die Blauen. Yay! Wir haben gewonnen, Freunde! Schade, aber ich hab noch mal nach vorne gespielt. Juhu! Kiste selten. Ich hab ne Kiste wieder gewonnen. Spionf. So, Fechten02 ist raus. Ach, Fechten. Ich hab ne Frettchen genannt. Nein, Fechten. Fechten. Was für'n Fechten er macht, weiß man nicht. Ja. Ich hab ne Frettchen genannt. Jetzt schäme ich mich. Frettchen02. Nein, es heißt Fechten. Mal sehen wir, als mit reinkommt. Wenn, dann muss ich mich schämen. Ist mir hier den Blauen? Wenn, dann muss ich mich schämen, weil ich fass das Eigentum. Seid, 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 seid. Hahaha. Achtung! Hallo, Rekülow! Oh! Man, nicht wieder in die selben Töne, aber Kinder. Drin! Jawoll! Sehr gut, bitteschön. Du 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 Das Ende ist mit Dir du Aspe. Ha, Freunde! So läuft das! So muss es sein! Und das zum Donald-Star. Und das zum Bonner-Star. Drin! Ja! Huuu! Und das zum Donner-Star. was für ein donnerstag freunde der donnerstag grünen donnerstag genau wir lassen es heute richtig brennen und weg war das war meine ich komme zur helfe mit ich knopp der name so vorbei ist leckes ist dabei gewillt jetzt hat runtergesprungen verdammt gut gemacht ja immer das von meinen kollegen war er ist einfach nur andere raus aus meinem kasten was tust du eigentlich warst du wieder einen vertrag mit den gegnern das war nicht die haben wir zu wenig geboten was wird eigentlich seinem eigenen tor ist ja cool dass er es macht aber und rein das ding ich bleibe jetzt hier beim gegnerischen tor ich hatte es wieder vernichtet also er scheint wieder einen vertrag zu haben nein habe ich nicht ich habe die geholfen jawohl da kommt der bus von hinten achtung stefano wir müssen mal ernstes wortchen miteinander reden raus aus meinem kasten ja ja weil die kühler gut gemacht war sagen wir hinten das letzte mal dran und das hat jetzt ein gegner gemacht das tor da war ich noch gar nicht nein du warst irgendwo war da hinten noch mal dran okay oh gut Leute ich habe einen tor gemacht läuft bei dir jo oh nein jetzt bin ich doch vorbei geh aber das war nicht schwierig und kein mitbus mehr hoher hallo ibebs gefährlich auch eigene mannschaft Was, du bist gefährlich für unsere eigene Mannschaft. Ja. Ah, Mann. Sie waren jetzt wieder. Leute, es liegt 3-0. Wir sind gut im Rennen. So. Oh, so, 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 so. Oh. Oh. Zollig. Der Ball ist wahrscheinlich magnetisch, nur in die andere Richtung. Ich fliege die ganze Zeit dran vorbei. So vieler los, vorstürmen. Ich bin bei dir. Ich habe den Ball verloren. Ich hatte auch keinen Boost. Verdammt. Falsche Richtung. Na. Zu früh. Was will, dass Stefano Andro immer bei mir ist, der irgendwie von einem anderen Ufer? Man weiß nicht. Nö, der mag dich. Oh, ja, 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 ja. Wollen wir nur mal tauschen? Los, ja, Regula super. Jawohl. Gut gemacht, Regula. Ja, muss es sein. Ich habe auch froh, ich jetzt nochmal Nitro bekomme. Äh, Bus bekomme. Nitro oder Bus, das ist das gleiche. Ach, ja, ist doch nicht so selbe, ja, hast ja recht. 4 zu 0, Freunde. Ich bin links außen. Das ist ein richtig hohes Spiel. Ich habe keinen Boost. Also, Seidider, bleib auf meinem Doof. Oh, nein, 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 nein. Noch nicht erklimgt. Sehr gut. Macht mir doch keine Angst. Doch, der kommt rein. Ja, wiederverfall. 3-D-Achtung. Sehr gut. Glanzparade. Ihr braucht mich aber nicht gleich zu rammen, Orangene. Haus hoch gewonnen, Freunde. Trotzdem gewonnen. Penny Arcade. Makaron, Makaron habe ich jetzt bekommen. Ja, wer mal bedenkt. Wir schaffen mal Rollchen. Leute, ich habe zwei Tore. Jetzt dachte ich, wir hatten schon drei Runden. Nein, nein, ist erst die zweite gewesen. Liebe Leute, zwei Tore. Noch gut, dass du noch was gesagt hast, Rengaru. Es gibt wieder eine Revanche, das sind die selben Spieler wieder. Die wollen es noch mal wissen. Die wollen es wirklich wissen. Los, lass uns das dritte auch noch nach Hause holen. Der ist immer noch auf der blauen Seite. Der ist immer noch auf der blauen Seite, ja. Ich versuche das immer von hier hinten ein bisschen zu kommentieren. Jawoll, Rengaru. 1 zu 0, Freunde. Heute läuft's. Ja, liebe Freunde, ich versuche das von Tor aus ein bisschen zu moderieren. Wenn der Ball in den Gegner oder Dings ist. Danke. Kam doch gut. Aber ich habe ihn auch noch mal berührt. Also. Auf der blauen Seite. Gerade noch. Mal eine Späten aber gerade zum Video. Och nein. Mach ich denn nur. Die machen doch fast selber wieder rein. Entschuldigung. Alles gut. Ähm. Nein, das Ding. Ja, rein, das Ding, rein, das Ding, ja. Oh, du bist so ein Elite. Errungenschaft freigeschaltet, Himmel hoch. Und ich habe den Vorlage gegeben, oder? Und ich habe den Vorlage gegeben, oder? Äh, wer hat den reingemacht? Aber das war doch keiner. Äh, Zeleckis. Habe ich dir eine Vorlage gegeben? Nee. Doch, ja. Hast du? Hast du? Hast du die Kühler? Läuft. Och, nee. Was mach ich denn? Bei uns. Blau. Drin. Juhu. 3-0, Freunde. Ein Distanz-Tor. Wird es heute ein Head-Trick werden? Das war ein Head-Trick. Ich meine ein Head-Trick. Drei Spiele, drei Gewinne. Das wäre mega. Das sieht dann doch aus, auf alle Fälle. Ähm, da war ich kaputt. Ach, der Ball. Wir sind ja voll. Auf der blauen Seite. Links. Der Typ mich immer zu schnell, äh, angekommen. Drinnen! Juhu. Quartett. Wir haben mich so... 4-0. Naja, ist doch gut. Freunde, so müssen wir immer spielen. So ist gut. Man merkt, es geht aufs Wochenende hin. Entschuldigung, Rengaru. Ich hab... Achso, du bist das. Ob die wirklich einen... Oh, die sind nochmal noch wirklich energisch. Die geben nicht kampflos auf. Ich mag das schon. Viele geben vorher auf, aber die... Ah, die haben das Spiel begriffen. Richtig. Ende ist erst, wenn Schluss ist. Und es sind immer noch 3 Minuten Zeit. Gut geklärt. Ja, ich hab ne richtig getroffen. Bam! Und man verstört mich andauernd? Das war der Zellecki. Scheint eine Bedrohung für die zu sein. Wahrscheinlich. Die Mafia. Knapp daneben. Achtung, Seidealer. Ah, drüber gesprungen. Oh. Wir klauen. Wir wollten wirklich noch gewinnen, ja? So wie... Wir sind definitiv noch voll dabei. Das merkt man richtig. Ich hab noch vollen Einsatz. Oh nein, 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 nein. Ich hab gar gut gestimmt. Oh nein, 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 nein. Ich hab schon gestimmt. Die warten im Prinzip darauf, dass wir einen Fehler machen. Jetzt auch. Die Planen sind bei mir am Tor. Oh, wieder verbrechen Gefahr. Das kann ja nicht wahr sein. Okay. Gut gemacht, Rengaru. Danke. Und... Nee. Entschuldigung. Alles gut. Vorschein heißt da keine Miete zahlt. Trim! Nein doch nicht! Oh, knapp daneben. Regulier, was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Du bist ja voll energisch gerade. Jaaa. Sardiler, Achtung. Sardiler, Achtung. Vor von Manu. Na gut, ein Tor gönnen, Manu. Sag mal, schlaf dir da hinten. Ich bin fast reingefahren. 4-2-1. Ich sag doch, die geben nicht Kampfluss auf. Die auch nicht. Achtung hinten. Sardiler. Gut. Mit dem Seleckis habe ich ihn weggeschoben. Alter, gehst du mir mal vom Kotflügel. Nein! Ich habe keinen Boost. Aber trotzdem abgewehrt. Aber trotzdem abgewehrt. Die Kühle ruht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte gerade zum Sprung ansetzen. Ich muss Boost sammeln. So. Ach man. Entschuldigung. Alles gut. auf. Ach. Ah. Verdammt. Wenn manchmal diese Lacks nicht werden. Und Renner. Oh, der war knapp. Nein? Falsche Richter? Falsche Richter? Falsche Richter? Falsche Richter? Falsche Richter? war die ja schön und damit haben wir drei spiele gewonnen hat rick bleibt bei uns und das zum donnerstag hat jetzt darauf sei leider räder und zurück ins hauptmenü freunde ja glaube ich ein super spiel diesmal wahnsinn man sind auf jeden fall die blöde 3 sieger und das zum donnerstag ich sage macht gut bis morgen zum freitag und da gewinnen ja auch so sehe ich das auch den hatrick machen wir morgen das zweite mal wir versuchen es zumindest und in diesem spiel heute muss ich wirklich sagen hat mir viel spaß gemacht und super dass wir auch mal wirklich mal gewonnen haben und das soll gleich alle drei spiele ja morgen versuchen wir dasselbe wieder ich möchte nicht sagen wir schaffen es ich möchte sagen wir versuchen und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten folge bis dahin macht's gut ja haut rein